Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Viele von euch haben es sicherlich mitbekommen, vor kurzem war ja wieder mal Black Friday und wie auch schon letztes Jahr hatte Honor da wieder einige ziemlich geile Angebote. Unter anderem gab es das Honor 9 für 329 Euro, ein ziemlich genialer Preis für ein eh schon ziemlich preisleistungsstarkes Smartphone und wie das dann immer so ist bei solchen Aktionen, war es natürlich ziemlich schnell ausverkauft, dann mal wieder verfügbar, dann wieder ausverkauft und mittlerweile ist die Aktion natürlich auch beendet. Wie auch immer für all diejenigen, die da leer ausgegangen sind beim Black Friday oder das ganze aus welchen Gründen auch immer einfach verpasst haben, habe ich heute was. Zusammen mit Honor verlose ich nämlich nicht nur ein Honor 9, sondern auch noch ein Honor 6X an zwei Leute von euch. Zwei Smartphones, die ich persönlich extrem gerne mag und auch extrem gerne immer wieder weiterempfehle. Quasi passend zur Weihnachtszeit. Das Honor 6X ist natürlich etwas schwächer ausgestattet als das Honor 9, kommt aber trotzdem mit einem hochwertigen Aluminium-Unibody-Gehäuse, einer Dual-Kamera, einem ziemlich guten Full-HD-Display und einer ziemlich genialen Akkulaufzeit. Für ein mittelklasses Smartphone wirklich nach wie vor ein super Gesamtpaket. Und zum Honor 9 muss ich glaube ich nicht mehr viel sagen. In meinem Review habe ich damals glaube ich gesagt, dass es eine Art Preis-Leistungskiller ist und das ist es meiner Meinung nach auch nach wie vor. Hochwertiges Design, super Display, super Kamera, super Performance. Das Ding hat im Prinzip kaum Schwächen, also wirklich ein Smartphone, das ich sehr sehr gerne mag. Und diese beiden Smartphones können jetzt eben zwei von euch gewinnen. Was müsst ihr machen, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Es ist wirklich genauso einfach wie quasi bei allen meinen Verlosungen. Ihr müsst nichts liken, ihr müsst nichts teilen. Ihr könnt dieses Video hier natürlich sehr sehr gerne liken und mit euren Freunden teilen und so weiter. Aber es ist eben nicht verpflichtend. Das einzige was ihr machen müsst, ihr müsst euch für eins der beiden Smartphones entscheiden. Also entweder das Honor 9 oder das Honor 6X und dann einen Kommentar hier unter diesem Video hinterlassen. Da schreibt ihr mir dann welches Feature euch am Honor 9 bzw. am Honor 6X, je nachdem für welches ihr euch entschieden habt, am besten gefällt und wieso gerade ihr dieses Smartphone gebrauchen könntet bzw. gewinnen möchtet. Jeder darf wirklich nur einen Kommentar schreiben. Also ihr dürft nicht für beide Smartphones teilnehmen, sondern ihr müsst euch eben für eins der beiden entscheiden und Mehrfachkommentare werden wie immer automatisch aussortiert und dann natürlich auch disqualifiziert. Also da tut ihr euch wirklich keinen Gefallen. Das Gewinnspiel läuft dann ab heute genau 14 Tage, wie es eben immer so ist. Aber die genauen Regeln, die genauen Fristen und so weiter, das steht alles nochmal fein säuberlichst unten in der Videobeschreibung. Also da unbedingt vorbeischauen kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Anschließend also nach diesen 14 Tagen werde ich dann ein bis zwei Tage später, nagelt mich bitte nicht drauf fest, völlig zufällig zwei Gewinner auslosen. Ich werde allerdings schon darauf achten, dass vernünftige Kommentare gewinnen. Also wenn jemand jetzt einen Kommentar geschrieben hat, der eben nicht zu dem Thema passt, was ich da vorgegeben habe, dann werde ich einfach nochmal losen und einen anderen Kommentar ziehen. Die beiden Kommentare, die gewonnen haben und auch nur diese beiden Kommentare, werde ich dann hier unter diesem Video kommentieren. Natürlich mit meinem Account könnt ihr erkennen an diesem Verifiziert-Häkchen neben meinem Namen, also dass das auch wirklich ich bin. Die werde ich dann kommentieren und sowas schreiben wie, herzlichen Glückwunsch, du hast das Honor 6x oder eben das Honor 9 gewonnen. Schreib mir doch bitte hier auf YouTube eine private Nachricht mit deinen Adressdaten. Das macht ihr dann bitte auch und dann kann ich euch das Honor 6x bzw. das Honor 9 so schnell wie möglich zusenden. Ihr habt es eben gesehen, ich habe die beiden Smartphones schon hier. Die sind komplett neu und noch eingeschweißt bzw. versiegelt. Also keine Angst, ihr bekommt da keine Testgeräte von mir und die werde ich euch dann so schnell wie möglich zuschicken. Wie gesagt, da ich die beiden schon hier habe, wenn ihr euch rechtzeitig meldet bzw. wenn die Gewinner sich rechtzeitig melden, bekommt ihr die Dinger auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Ist ja auch eine Weihnachtsverlosung, also eine ziemlich coole Sache. Ich werde wie immer kein extra Auslosungsvideo machen, wo ich bekannt gebe oder wo ich auslose, wer gewonnen hat. Stattdessen werde ich das Ganze, also wer gewonnen hat, auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram bekannt geben. Wie immer, wenn ihr mir da noch nicht folgt und trotzdem up to date bleiben möchtet, dann könnt ihr das jetzt natürlich sehr, sehr gerne nachholen. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und werden jetzt auch nochmal eingeblendet. Aber ja, das war es dann im Prinzip auch schon. Es ist wirklich genauso einfach wie immer. Meiner Meinung nach eine super, super coole Sache. Vielen, vielen Dank nochmal an Honor, die das Ganze hier möglich gemacht haben und wie gesagt auch die Geräte zur Verfügung gestellt haben. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch sehr viel Glück. Ich hoffe, ihr freut euch über diese Verlosung und wie immer, ich kann es nur nochmal tausendmal sagen, wenn ihr mitmachen wollt, dann schaut bitte vorher unten in der Videobeschreibung vorbei, weil da nochmal alle Regeln, alle Fristen und so weiter stehen. Dann müsst ihr mich nicht fragen, ey, wie lang geht das Gewinnspiel noch? Wann losst du die Gewinne aus? Und so weiter. Weil wie gesagt, das steht alles nochmal fein säuberlichst da unten und dann gibt es keine Unklarheiten. Das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch viel Glück. Vielen Dank nochmal an Honor. Mega geile Aktion und ich sage wie immer ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.